und willkommen zum neuen part am display captor ich freue mich auf jeden fall drauf auf neun paar und jetzt geht es mal ab den neuen part und ja ich muss eben nicht ausmachen also wir sehen uns gleich wieder na gut egal ja ich freue mich auf jeden fall drauf und ich glaube ja falsche seite genau ja ja was soll es passiert haltbar ist ok genau was soll es okay ja auch echt gut ich habe mir mal wieder gedacht ich habe mir mal wieder gedacht und wir heute mal ein mal wieder neu machen und captain tot her lange nicht gemacht obwohl ich es eigentlich wieder eigentlich machen wollte also eigentlich wieder öfters machen wollte aber dann hatte ich gar keine zeit mehr hat irgendwie gar keine zeit mehr dann hatte ich lieber das kaffee und jetzt habe ich hier bock auf eine runde machen was soll ich machen ich glaube ich gehe mal hier okay dann kann ich da mal ein paar stern sammeln wie man merkt habe ich gar nichts gemacht mit den let's play und jetzt habe ich mir einfach das entschieden ich muss mal wieder neuen part machen und ich habe auch der laufe der wochen auch gemerkt ich muss hier mal eine neue folge machen ja am ersten tag als ich angekommen bin habe ich mir gedacht ich mache 9 dort krepp dort part und heute habe ich mir auch gedacht kommen nach zwei wochen ungefähr will ich endlich mal eine neue partie hoch lassen nach zwei wochen so schrecklich okay ich will einfach jetzt mal ein bisschen vorankommen oder vorankommen weil ich halt das bin ich noch nicht so gut gespielt habe und noch nicht so durchgespielt habe ich will halt jetzt langsam durch spielen weil ich will auch marita der welt starten schwer marita ich glaube schon dass es schwer sein wird ich glaube schon dass es schwer sein wird und auch wenn das spiel zu ende ist ich guck mal ob ich jetzt mache ich glaube schon na gut ich glaube ich muss das level nochmal beenden oder nochmal anfangen weil ich dass ich so gut gemacht habe ist okay so ist genau ja heute kommt auch wieder super mario part also nicht wundern es kommt heute noch alles genau der video ist gut so ja ich mache es mal so anders okay ich mache es ein bisschen besser ich werde irgendwie ein stern haben da wäre ich sehr glücklich drüber das habe ich halt so spät gemerkt ist okay ich glaube ich habe einfach so oder ich weiß nicht genau egal ich mache es einfach ohne euch bis gleich und den nächsten ich glaube ich mache es beim nächsten mal erst alles gut ich weiß nicht ob es so gut ist aber ich weiß dass ich besser beim nächsten mal erst machen kann also war einfach ein kleiner part von Captain Thomas und ja ich habe Augen kauf im Mund gehabt deswegen geht es auch nicht so gut heute voran oder auch mit meiner ganzen gesicht der sache die ich machen möchte so mit meiner ganzen sache da ich bin schon bescheid womit ich meine genau wie ist okay auch komm oh natürlich na das war gemein okay egal ich sage bescheid und wir haben es auch gesehen bitte nächstes mal war ein kleiner part oki doki das ist gut das ist gut und ich schürze sie auf ein kleiner Part oah 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 oah